ein mittel ach mach dir nichts draus ich fand es auch nicht lustig besser? hey thermoskanne woher weißt du eigentlich dass du heiße getränke heiß halten solltest und kalte kalt oh yeah meine lieben trolle eine kleinigkeit möchte ich euch schon seit langem sagen ihr seid fucking nicht die ersten die das video gesehen haben oder es kommentiert haben seit neuestem kann man auf youtube seine eigenen videos bevor man das video überhaupt postet einen kommentar schreiben das bedeutet eigentlich ist die erste person die einen kommentar schreibt der youtuber selbst der das video gemacht hat ergo zweiter vielleicht aber erster nö merte niemand das video kam jetzt ein vielleicht anderthalb tage später Mit den Autogrammkarten gab es ein kleines Problem Meine Webseite ist in Zukunft unten verlinkt Und auch auf meiner Webseite Und auch auf meinem Account verlinkt Falls ihr dieses geile Shirt, das ich hier an habe, haben wollt Könnt ihr das gerne mal im Shop euch bestellen Ich habe momentan, solange ich jetzt noch nicht allzu groß bin Einen Skype-Account eingerichtet Für mich und Fans Drache1510 Wenn ich wirklich noch größer werde Das nicht mehr durchziehen kann Mit allen Leuten recht regelmäßig zu schreiben Ob das Interview bei Radio Z zum Beispiel nicht kam Obwohl es eigentlich nach meiner Info Eigentlich hätte kommen sollen Ich bin ja wohl hart Das ist was dummes